Also, Sie beide sind Bienen und wollen die letzten beiden Plätze haben, die für Bienen reserviert sind? Ja, ganz genau. Zum zum! Ich weiß nicht, die Dame mit dem Zauberstab, da wirkt ein bisschen aggressiv auf mich. Was? Ich bin die verdammte Bienenkönigin und Penner! Bitte, eure Bienen, Majestät, wir wollen uns doch zurückhalten. Ich will dem Kackmilchgesicht einfach nur meinen Stachel reinrammen. Aber das würde uns doch umbringen, weil wir Bienen sind. Ja, sorry, ich habe kurz vergessen, dass wir keine supercoolen Hornissen sind. Sorry, wir sind ein bisschen gestresst, weil es heute so warm ist. Ja, und ich habe gerade 2000 Kinder geboren. Wow, wirklich? Echt jetzt? Da bekomme ich ja doch Mitleid. Kommt nicht wieder vor. Ja, wirklich ziemlich warm heute, oder? Hat der mich gerade angefächert? Verzeihung, bevor Sie an Bord gehen, könnte ich vielleicht noch ein Klecks Honig in meinen Tee haben. Klar, kein Problem. Wie, was guckst du mich jetzt an? Honig! Also, ich soll jetzt wirklich eine Blume fressen, die halb verdauen und dann in seinen Tee kotzen, ja? Ach, ich bin raus. Kracker Fifty Shades of Yellow, scheiß Mann. Hu! Hü! Hü! Hü!